Die Klimakrise, die können wir sozusagen im Kapitalismus nicht lösen. Es gibt immer mehr Aktivistinnen und Aktivisten, die das auch thematisieren, die sagen, das Problem ist ein Systemproblem. Aber dann ist natürlich ganz schnell die Frage, ja was machen wir denn als alternatives Wirtschaftsmodell und ich denke dafür ist es ganz wichtig, dass wir uns auch nochmal damit auseinandersetzen, was war denn der Versuch des bisher realhabend existierenden Sozialismus, was wurde da versucht, woran ist das gescheitert. Uns geht es hier nicht um Ostalgie, das hat auch Thomas Kuschinski sich von vornherein verbeten, sondern wirklich darum, was man früher glaube ich Selbstkritik genannt hätte, also einfach nochmal den Blick darauf zu wenden, was ist da eigentlich versucht worden und woran ist es gescheitert, denn vielleicht ist heute unser Problem vielmehr der Sozialismus, der schon einmal existiert hat, als Einigkeit darin zu finden, dass man den Kapitalismus abschaffen muss. Das ist jedenfalls meine Vermutung und deswegen freue ich mich besonders, dass wir hier auch nochmal den Blick zurückwerfen und uns eben fragen, was ist denn schon mal versucht worden, woran ist das gescheitert. Thomas Kuschinski hat mal in einem Interview gesagt, ich fürchte die Revolution nicht, das finde ich ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung, um auch nochmal ganz entspannt zurückzublicken und sich zu fragen, wie war denn eigentlich der bisherige Versuch Sozialismus zu machen und woher kommt der Optimismus für die Zukunft sozusagen. Es ist tatsächlich die Frage, Sozialismus in der DDR, woran ist da gescheitert. Das System, das in der DDR 1990 zugrunde gegangen ist, wurde seit 1973 dort im Anschluss an eine Formulierung von Erich Honecker, real existierender Sozialismus oder auch kurz Realsozialismus genannt. Kritiker in der DDR sprachen dagegen von staatlich etabliertem Sozialismus wie Fritz Behrens oder Nominalsozialismus wie Rudolf Barrow. Die Ursachen für das Scheitern dieser Art des Sozialismus in der DDR sind prinzipiell dieselben wie in den anderen Ländern Osteuropas. Die subjektiven Fehlleistungen in den einzelnen Ländern mögen verschieden gewesen sein und den jeweiligen Rückfall in den Raubtierkapitalismus modifiziert haben. Am Resultat änderten sie nichts. Der am 7. Oktober zu begehende 70. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik gibt daher Anlass zu tieferem Nachdenken über die gestellte Frage. Eine Frage, die vor allem ökonomische Natur ist. Um Missverständnissen vorzubeugen, sei eingangs ein Wort von Joan Robinson zitiert, der 1983 verstorbenen und zumeist als Links-Keynesianerin charakterisierten Ökonomie-Professorin aus Cambridge, UK. Sie schrieb, es ist töricht, einer Vergangenheit nachzutrauern, die die Gegenwart hervorgebracht hat. Und ich möchte hinzufügen, insbesondere wenn es sich um eine Gegenwart wie diese handelt. Zugleich möchte ich aber festhalten, der Nominalsozialismus als Gesellschaftssystem in Osteuropa ist zwar zugrunde gegangen, das bedeutet jedoch nicht, dass er einfach verschwunden ist. Er ist vielmehr im Sinne der hegelischen Dialektik in seinen Grund zurückgekehrt. Der Grund aber für das Aufkommen dieses Systems wie der sozialistischen Bewegung überhaupt, das war und ist der Kapitalismus, der in all seiner Widersprüchlichkeit weiter existiert. Und aus eben diesen Widersprüchen werden weiterhin Versuche, zu dessen Überwindung geboren werden. Auch deshalb ist es notwendig, über die gescheiterten Versuche nachzudenken. Die Ursachen des Scheiterns zu untersuchen, bedeutet allerdings nicht, sogleich neue Konzepte zu entwickeln. Da muss ich mich mit Andeutungen begnügen, die sich meines Erachtens aus der historisch-theoretischen Analyse ergeben. Ob diese Andeutungen in die richtige Richtung weisen, kann nur die Zukunft zeigen. Und schließlich, ob neue, besser gelingende Versuche dann Sozialismus oder Kommunismus genannt werden, Assoziation oder Verein freier Menschen, das ist wieder eine andere Frage, deren Beantwortung ich denen überlasse, die sie unternehmen und erleben werden. Ich beginne mit dem, was Marx und Engels im Kommunistischen Manifest die Grundfrage der Bewegung genannt haben. Mit der Eigentumsfrage. Wer meint, diese Frage sei nun wirklich von vorgestern, antiquiert und altkommunistisch. Schaue in das Zentralorgan des deutschen Großkapitals, die FAZ, in der am 28. August diesen Jahres, anlässlich der Waldbrände in Brasilien und des Vorgehens von Präsident Bolsonaro, zu Recht die Frage gestellt worden ist, Wem gehört der Regenwald? Der lese die gegenwärtig wieder mit besonderer Schärfe geführten Debatten um Abschaffung bzw. Anwendbarkeit von Artikel 14, Absatz 3, Satz 2, sowie Artikel 15 vom Grundgesetz mit Bezug auf eine mögliche Enteignung von Wohnungsbaugesellschaften. Erinnere sich schließlich an die gemeinsame Erklärung der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zur Regelung offener Vermögensfragen vom 15. Juni 1990, sowie das noch von der Volkskammer der DDR am 23. September 1990 verabschiedete Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen, in denen der Grundsatz Rückgabe vor Entschädigung festgeschrieben worden ist. Obgleich von ihr wohl nie so formuliert, hat die Bourgeoisie immer um die Bedeutung der Grundfrage gewusst, sie in ihrem Sinne beantwortet und dementsprechend auch gehandelt. Die Eigentumsfrage ist allerdings im doppelten Sinne Grundfrage der Bewegung, denn sie ist von ihr weder praktisch noch theoretisch beantwortet worden. Die im Manifest gegebene Antwort war zunächst rein negativ. Abschaffung des Privateigentums. Darunter verstanden die Verfasser ausdrücklich nicht das persönlich erarbeitete Eigentum, sondern das Privateigentum im ursprünglichen Sinne des lateinischen Wortes Privato, also das Geraubte. Präziser das mittels Ausbeutung anderer geraubte Eigentum. Ihrer Ansicht nach werde das Proletariat seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, nach und nach und alle Produktionsmittel in den Händen des Staates, das heißt des als herrschende Klasse organisierten Proletariats zu zentralisieren. Allerdings, so setzen Sie fort, könne dies zunächst nur geschehen vermittels despotischer Eingriffe in das Eigentumsrecht und in die bürgerlichen Produktionsverhältnisse. Durch Maßregeln also, die ökonomisch unzureichend und unhaltbar erscheinen, die aber im Lauf der Bewegung über sich selbst hinaustreiben und als Mittel zur Umwälzung der ganzen Produktionsweise unvermittlich sind. Was in der DDR und den anderen Ländern Osteuropas nach dem Vorbild der Sowjetunion geschah, das war die Zentralisierung der Produktionsmittel in den Händen des Staates. Durch eben jene Maßregeln, die schon den Altvorderen als ökonomisch unzureichend und unhaltbar erschienen. Die aber entgegen ihrer Voraussage im Laufe der Bewegung nicht über sich selbst hinausgetrieben sind. Wohin hätten Sie treiben sollen? Darauf findet sich im Manifest keine Antwort, beziehungsweise nur eine sehr indirekte, erst aus dem historischen Kontext des Scheiterns sich ergebende Antwort. Die Verfasser meinten nämlich, das Proletariat eines jeden Landes muss natürlich zuerst mit seiner eigenen Bourgeoisie fertig werden. Genau diese Aussage wurde jedoch durch den Gang der Geschichte schlussendlich widerlegt. Denn in all diesen Ländern war man zwar mit der eigenen Bourgeoisie fertig geworden, aber nicht mit der Fremden. Jener, die auch weiterhin diese eine Weltwirtschaft dominierte und den Nominalsozialismus besiegt hat. Friedrich Engels hatte 1847 eine Vorarbeit zum Manifest verfasst, Grundsätze des Kommunismus. Und darin sagte er voraus, die kommunistische Revolution werde keine bloß nationale sein, sondern eine in allen zivilisierten Ländern, das heißt wenigstens in England, Amerika, Frankreich und Deutschland gleichzeitig vor sich gehende Revolution. Ergo, zitiere nochmal, sie ist eine universelle Revolution und wird daher auch ein universelles Terrain haben. Diese Prognose, die Stalin 1926 im Zusammenhang mit der Forderung, den Sozialismus in einem Lande aufzubauen, als falsch verworfen hatte, hat sich zumindest in dem Sinne als richtig erwiesen, dass eine kommunistische Revolution auf nicht universellem Terrain letztlich zum Scheitern verurteilt ist. Wer heute von globaler Revolution spricht und sie nicht allein im technokratischen Sinne verstanden wissen will, meint nichts anderes als eben Engels universelle Revolution auf universellem Terrain. Also das, was zu Lenins Zeiten politisch mit dem Terminus Weltrevolution bezeichnet worden war. In diesem Kontext ist die oben zitierte Frage zu stellen, wem gehört der Regenwald? Nach den im Nominalsozialismus gesammelten Erfahrungen ist das Privateigentum nicht durch das Staatseigentum ersetzt worden. Im Gegenteil, denn das Staatseigentum ist nichts anderes als das auf die Spitze getriebene Privateigentum. Einen Eigentümer nur noch gibt es, den Staat. So waren beispielsweise angefangen mit der Sowjetunion alle Mitgliedsländer des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, RGB oder Comic-Con, ökonomisch so ausgerichtet, dass sich ihre Regierungen in Verhandlungen prinzipiell im Interesse ihrer Staaten als Privateigentümer gegeneinander verhielten. Von einer wie auch immer gearteten internationalen Solidarität konnte da nicht die Rede sein. Die damit einhergehende nationalistische Komponente war allerdings nicht auf die Länder Osteuropas beschränkt. Nachdem die Kommunistische Internationale sich einem Wort von Clara Zetkin zufolge Ende der 1920er Jahre, ich zitiere Clara Zetkin, aus einem lebenden politischen Organismus in einen toten Mechanismus verwandelt hatte, der auf der einen Seite Befehle in russischer Sprache einschluckt und sie auf der anderen Seite in anderen Sprachen ausspuckt, also zu einem bloßen Handlanger sowjetischer Außenpolitik geworden war, ist der Nationalismus zu einem bis heute fortwirkenden Erbübel der meisten kommunistischen und Arbeiterparteien geworden. Nicht nur in den osteuropäischen Ländern, sondern weltweit. Weltweit, ob es sich nun um den Sozialismus in den Farben Frankreichs handelt, aus den 70er, 80er Jahren oder heute um den Sozialismus chinesischer Prägung. Zuletzt nenne ich hier nur die Besetzung unbewohnter Inseln im Südchinesischen Meer, die manifestieren die Besetzung, die einzig dazu dienen soll, auf diese Weise den Festlandssockel beträchtlich auszuweiten und die dort vermuteten Rohstoffvorkommen auszubeuten. Die gegenwärtig wieder zunehmenden Spannungen im Verhältnis Chinas und seiner Nachbarn im Süden und im Osten sind ebenso unübersehbar wie in ihren politischen und militärischen Folgen unkalkulierbar. Engels formulierte im Anti-Deering vorsichtig optimistisch, das Staatseigentum an den Produktivkräften ist nicht die Lösung des Konflikts, aber es birgt in sich das formelle Mittel, die Handhabe der Lösung. Im Nachhinein ist festzustellen, das formelle Mittel hat dem realen Zweck nicht genügt. Dies resultierte vor allem aus dem Umstand, dass die arbeitenden Menschen das in den Händen des Staates zentralisierte Eigentum nie als ihr Eigentum empfunden und gesehen haben, sondern als eines des Staates, über das sie keine Verfügungsgewalt besaßen. Die da unten haben im Nominalsozialismus die Verwalter des Staatseigentums genauso als die da oben angesehen, wie das im Kapitalismus mit den wirklichen Privateigentumern und den von ihnen bestallten Managern tun. Aber um keine Illusionen aufkommen zu lassen, auch die von Marx in der inaugural Adresse der Internationalen Arbeiterassoziation schon als Sieg der politischen Ökonomie der Arbeit über die politische Ökonomie des Kapitals gefeierte Kooperativbewegung hat sich als heroische Illusion erwiesen. Das hat nicht nur das Schicksal der Genossenschaftsbewegung im Kapitalismus gezeigt, sondern ebenso das des auf dem Gruppeneigentum basierten Sozialismus in Jugoslawien, der Kibbutzim in Israel oder das der Kommunen in China. Von der assoziierten Arbeit, die nach Marx ihr Werk mit williger Hand, rüstigem Geist und fröhlichem Herzen verrichtet. Davon war über kurz oder lang nichts mehr als die schöne Erinnerung an die wilden Jahre revolutionärer Romantik geblieben. Das Nämliche gilt für die ökosozialen Gemeinden neueren Datums. Auch dort wird über kurz oder lang kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose wahre Zahlung. Die Grundfrage ist also ungelöst. Aber ihre Lösung im Kontext der globalen Revolution ist dringlicher denn je. Ich komme nun zu einem Problemkreis, der in engstem Zusammenhang mit den Eigentumsverhältnissen in den nominalsozialistischen Ländern steht, zur Frage der Planung. Sie ist für diese Länder so charakteristisch gewesen, dass ihr ökonomisches System häufig als eines der Planwirtschaft bezeichnet und der sogenannten freien Marktwirtschaft gegenübergestellt wird. Zu dieser Gegenüberstellung ist zunächst zu bemerken, dass auch in der Marktwirtschaft geplant wird. Damit meine ich nicht nur die Haushaltspläne, die hierzulande alljährlich auf allen Ebenen vom Bund bis zu den Gemeinden verabschiedet werden. In jeder Firma, ob Großkonzern oder Kleinbetrieb wird nach Plänen gearbeitet, die entweder die Eigentümer selbst oder von ihnen beauftragte Manager konzipieren und deren Realisierung sie auch kontrollieren. Ein planloses vor sich hin arbeiten gibt es in keiner produzierender produzierenden Wirtschaft. Und ob nun Maschinen planmäßig hergestellt werden in der Fabrik oder der Handel mit Finanzderivaten an der Börse, nichts von alledem geschah und geschieht ohne einen Plan. Und niemand würde die Frage stellen, ob eine derartige Planung sinnvoll ist. Selbst wenn Planziele nicht erreicht werden oder gar das Gegenteil des Beabsichteten realisiert wird. Es muss also um etwas anderes gehen. In der Tat geht es letztlich um die Frage, welcher Zweck mit der Planung verfolgt wird. Für die kapitalistische Unternehmensplanung hat das nach meinem Dafürhalten am klarsten und besten der US-amerikanische Ökonom von Milton Friedman, also der Begründer des sogenannten Neoliberalismus, formuliert. Er sagte, the social responsibility of business is to increase its profits. Zu Deutsch, die soziale Zuständigkeit der Unternehmen ist, ihre Profite zu erhöhen. Diese im New York Times Magazine vom 13. September 1970 nachzulesende Feststellung offenbart richtig gelesen, nicht nur das Prinzip kapitalistische Unternehmensplanung, sondern auch das Regulationsprinzip, dem kapitalistische Wirtschaft auf allen ihren Ebenen unterworfen ist. Gemeinhin wird ja behauptet, dass in der deshalb sogenannten Marktwirtschaft der Markt die Waren, Kapital und Finanzströme reguliert. In der Tat aber, siehe Friedman, ist es der Profit, präziser die Profitrate. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Markt keine Funktion besitzt. Er ist gegenwärtig nicht nur die Vermittlungsinstanz zwischen Anbietern, potenziellen Verkäufern und Nachfragern, potenziellen Käufern. Er zeigt auch an, wenn bestimmte Störungen in diesem Vermittlungsprozess eingetreten sind. Ein Instrument, das einen Missstand anzeigt, ist allerdings kein Regulator, sondern ein Indikator. Wenn der Markt beispielsweise ein Missverhältnis zwischen produziertem Angebot und zahlungsfähiger Nachfrage anzeigt, so ist das zwar sehr wichtig für die auf dem Markt agierenden Unternehmen, aber das Missverhältnis selbst ist damit keineswegs reguliert oder beseitigt. Überdies wird ein solches Missverhältnis vom Markt erst im Nachhinein angezeigt, also erst dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Die Finanzkrisen der letzten Jahre haben drastisch vor Augen geführt, dass daran auch im Millisekundentakt arbeitende Computersysteme prinzipiell nichts ändern. Wenn heutzutage Produktionsstandorte verlagert werden, so ganz gewiss nicht irgendwelcher Marktverhältnisse wegen, sondern weil die Verlagerung trotz ihrer ja nicht auch ganz geringen Kosten profitabel zu werden verspricht. Das heißt, am neuen Standort werden voraussichtlich noch höhere Profite realisiert als am alten. Auch werden brandneue Produkte nicht auf den Markt gebracht, weil eine Nachfrage nach ihnen besteht, die potenziellen Abnehmer kennen sie ja noch gar nicht, sondern weil man glaubt, sie profitabel absetzen zu können. All das bedarf selbstverständlich sorgfältig ausgearbeiteter Pläne. Ob sie aufgehen, ist eine ganz andere Frage, die letztlich durch die tatsächlich realisierten Profite beantwortet wird. Von dieser Warte aus betrachtet sind Planung wie Kontrolle der Planerfüllung innerhalb eines Unternehmens gleich welcher Größe eine ziemlich einfache Angelegenheit, weil ihnen eine einzige Zielfunktion zugrunde liegt und das Erreichen des Zieles eindeutig quantifiziert und abgerechnet werden kann. Die eigentliche Schwierigkeit derartiger Unternehmensplanung liegt vielmehr darin, dass die Unternehmen untereinander um höchstmögliche Profite konkurrieren und schon von daher die Zielfunktionen der einzelnen Unternehmen sich gegenseitig konterkarieren. Im Resultat dieser Vorgänge entsteht vor unseren Augen ein regelloses Marktgeschehen, das durch Anarchie und Konkurrenz geprägt ist. Derartiges Planen war offenbar nicht gemeint, wenn im Nominalsozialismus Plan und Markt in gehabter Weise gegenübergestellt wurden. Gesellschaftliche, und das hieß vor allem staatliche Planung, sollte vielmehr dazu dienen, einerseits gemeinsam zu erreichende Ziele zu formulieren und dann zu verwirklichen. Andererseits schädliche Konkurrenz zwischen den einzelnen Unternehmen sowie die aus ihr resultierende Anarchie in der Produktion zu beseitigen. An die Stelle der Konkurrenz sollte der sozialistische Wettbewerb treten. Gesamtgesellschaftliche Planung ist aber schon deshalb ein unvergleichlich schwierigeres Unterfangen, weil ihr etwas anderes zugrunde gelegt werden muss als im Kapitalismus, wo die Unternehmensplanung sich an einer einfachen Zielfunktion der Profitmaximierung orientieren kann. Das Problem, welche Bestimmungsgrößen in Planung und Kontrolle letztlich einzugehen haben, stellte sich im Nominalsozialismus immer wieder neu und wurde nie in befriedigender Weise gelöst. Die Mitte der 1920er Jahre in der Sowjetunion geführte Diskussion, ob der Plan den Charakter einer Voraussage, Prognose haben solle oder den einer Weisung, wurde zu Beginn des ersten Fünfjahrplans 29 bis 33 in der Weise entschieden, dass der Plan zum Gesetz erhoben wurde und zwar im juristischen, nicht im ökonomischen Sinne. Dies sollte fatale Folgen haben, wurde doch damit jeder, der gegen den Plan verstieß, zumindest potenziell zum Gesetzesbrecher bzw. Straftäter und der Plan zu verhindern wurde. Sie wurden dementsprechend, wie die Erfahrungen bis weit in die 1950er Jahre hinein und teilweise auch darüber hinaus zeigten, hart bestraft. Für den einzelnen Wirtschaftsleiter war es daher im Allgemeinen viel ungefährlicher, sich an den Plan zu halten und damit einer anderen Ort stattgefundenen Entwicklung hinterher zu hinken, als selber Entwicklungen anzustoßen, initiativ zu werden und damit gegen den Plan zu verstoßen. Deshalb interpretierten einige die damals in der DDR gängige Formel von der organischen Verbindung der Errungenschaften der wissenschaftlich-technischen Revolution mit den Vorzügen des Sozialismus. Das gab es wirklich diesen Titel. Sie haben ihn sarkastisch in der Weise interpretiert, dass es die Errungenschaften im Westen gibt und die Vorzüge im Osten, dass man die beiden also nur miteinander kombinieren müsse. Dass das so nicht funktioniert hat, ist bekannt. Aber warum hat es nicht funktioniert? Ist der Markt im Kapitalismus kein Regulator, sondern ein Indikator? So war der Plan im Nominalsozialismus kein Regulator, sondern ein Normativ, eine juristisch fixierte Vorschrift. Ein Regulator, wie er sich in der kapitalistischen Wirtschaft nach einer Jahrhunderte währenden Entwicklung von der Aufhebung der Leibeigenschaft bis zur Richtung der großen Industrie in Gestalt der Profitrate schließlich herausgebildet hatte, den gab es nicht. Was angesichts seiner historisch kurzen Lebenszeit auch nicht verwundern kann. Im ersten Entwurf zu seiner 1871 verfassten Schrift der Bürgerkrieg in Frankreich hielt Marx fest, ich zitiere, dass das gegenwärtige spontane Wirken der Naturgesetze des Kapitals und des Grundeigentums nur im Verlauf eines langen Entwicklungsprozesses neuer Bedingungen durch das spontane Wirken der Gesetze der gesellschaftlichen Ökonomie der freien und assoziierten Arbeit ersetzt werden kann. Das von Marx sogenannte spontane Wirken der Gesetze führt meines Erachtens unmittelbar zu der Frage, was denn der Regulator einer gesellschaftlichen Ökonomie der freien und assoziierten Arbeit sein könne. Ein solcher Regulator muss unabhängig vom Willen und Wollen der Menschen auch irgendwelcher Institutionen quasi automatisch funktionieren, vergleichbar mit dem genauso arbeitenden vegetativen Nervensystem des Menschen. Denn auch unser Organismus arbeitet unabhängig von unserem Denken. Und nur im Falle von Störungen, die das vegetative Nervensystem dem Großhirn mitteilt, muss der Mensch über das Funktionieren nachdenken und gegebenenfalls Abhilfe schaffen. Wenn das vegetative Nervensystem nicht richtig funktioniert, muss das Großhirn versuchen, diese Aufgabe zu übernehmen. Das Funktionieren von solchen elementar lebenswichtigen körperlichen Prozessen wie Atmung, Verdauung, Herzschlag und so weiter zu kontrollieren. Aber unter diesen Bedingungen ist das Großhirn nicht in der Lage, seine eigentliche Aufgabe, produktiv vorausschauendes Denken zu erfüllen. Mit dem Blick auf das in den nominalsozialistischen Ländern herrschende System der Planung, Abrechnung und Kontrolle, ist nun festzustellen, dass die Partei und Staatsführung sich ständig mit solchen Elementarproblemen wie der Versorgung der Bevölkerung mit Zahnbürsten, Damenstrümpfen und so weiter beschäftigen musste und demzufolge kaum dazu kam, strategische Gedanken so zu entwickeln, dass sie auf breiter Ebene vermittelt und dann auch durchgesetzt werden konnten. Anstatt langfristige Planziele zu realisieren, mussten kurzfristig eingetretene Mängel behoben werden, konnte den im Kapitalismus erzielten technischen Fortschritten nur hinterher gejagt werden. Wenn vorhin der Name Jörg Rösler fiel, der hat eine sehr schöne Darstellung geschrieben, aufholen ohne einzuholen. Die Bemühungen Ostdeutschlands von 1965 bis 2015. Das heißt also, die Aufholjagd ist nach wie vor im Gange, auch in der Marktwirtschaft. Wie von den Altvorderen in den Manuskripten zur deutschen Ideologie vorausgesagt. Wurde auf diese Weise, das also Mängel behoben und so weiter, wurde auf diese Weise nur Mangel und Notdurft verallgemeinert. Weshalb mit der Notdurft auch der Streit um die Not, das Notwendige wieder beginnen und die ganze alte Scheiße sich wieder herstellen musste. Um ein einleuchtendes Bild zu gebrauchen. Wer an einer Brücke den Hinweis sieht, dass sie von LKWs bis 10 Tonnen Gewicht befahren werden darf, weiß, dass sie bei normaler Witterung gefahrlos auch mit 12 Tonnen befahren werden kann. Nominalsozialistische Pläne waren zumeist so angelegt, dass sie überspitzt formuliert schon durch eine Mehrbelastung von 10 Gramm zum Einsturz gebracht werden konnten. Dieser Gefahr, bewusst entgegenzuwirken, war eben deshalb essenzieller Bestandteil der Arbeit von Partei- und Staatsführung. Für das von Marx gedachte spontane Wirken der Gesetze freier und assoziierter Arbeit war da kein Platz. Alles musste bewusst gestaltet werden und Spontanität war nichts als Teufelszeug, Ausfluss des seit den 1920er Jahren verfemten Luxemburgismus. Ebenso wenig konnte ein anderer Gedanke zum Tragen kommen, den der späte Marx in Manuskript 8 vom Band 2 des Kapitals geäußert hatte. Seiner Ansicht nach gäbe es, selbst unter den Bedingungen einfacher Reproduktion aus ihrem ungestörten Verlauf sich ergebende Unregelmäßigkeiten, denen nur entgegengewirkt werden könne, und nun Marx wörtlich, durch fortwährende relative Überproduktion. Einerseits gewisses quantumfixes Kapital, das mehr produziert wird als nötig ist, andererseits und namentlich Vorrat von Rohmaterialien etc., der über die unmittelbaren jährlichen Bedürfnisse hinausgeht, namentlich von Lebensmitteln. Solche Art Überproduktion ist gleich, nach Marx, ist gleich mit der Kontrolle der Gesellschaft über die gegenständlichen Mittel ihrer eigenen Reproduktion. Innerhalb kapitalistischer Gesellschaft aber anarchisches Element. In diesem Zusammenhang gestellt, lässt sich leicht eine Linie ziehen von dem 1845, 1846 niedergeschriebenen Gedanken, dass der Mangel die ganze alte Scheiße wiederherstelle, bis hin zu dem vom Ende der 1870er Jahre das relative Überproduktion identisch sei mit Kontrolle der Gesellschaft über die gegenständlichen Mittel ihrer Reproduktion. Von dieser Worte aus betrachtet, muss der Eingangsfrage, woran ist der Sozialismus gescheitert, eine andere, manche vielleicht verblüffende Frage an die Seite gestellt werden. Wenn er so schlecht funktioniert hat, ohne allerdings bankrott zu gehen, also diese Legende, die könnte auch mal Adapter gelegt werden, ohne allerdings bankrott zu gehen, wenn er so schlecht funktioniert hat, warum hat er eigentlich so lange existiert? Diese Frage kann sicherlich nicht beantworten, wer allein die DDR im Blick hat. Denn mit dem Blick aufs Ganze war die DDR ein kleiner Randstaat an der Westgrenze des bis in die Beringsee im äußersten Osten reichende sozialistische Lager. Ebenso wenig können sie diejenigen beantworten, die das sozialistische Experiment angefangen von der Oktoberrevolution so bewerten, dass es von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen sei. Und zwar deshalb, weil es in relativ rückständigen Ländern begonnen wurde. Wenn dem so gewesen wäre, dann hätte er eben nicht 70 Jahre lang in der Sowjetunion und auch nicht 40, über 40 im restlichen Osteuropa existiert. Marx und Engels waren zwar auch über viele Jahre der Auffassung, dass die von ihnen erwartete kommunistische Revolution zuerst in allen zivilisierten Ländern, also in Westeuropa und Nordamerika stattfinden würde. Aber spätestens zu Beginn der 1880er Jahre änderten sie ihre Sicht und sahen durchaus die Möglichkeit, ich zitiere, dass die russische Revolution das Signal einer proletarischen Revolution im Westen sein könne. Auch Lenin sah in der Oktoberrevolution nichts anderes als ein solches Signal. Im Frühjahr 1920 in seiner Schrift gegen den linken Radikalismus sagte er voraus, dass nach dem Sieg der proletarischen Revolution sei es auch nur in einem der fortgeschrittenen Länder Russland bald danach nicht mehr ein vorbildliches, sondern wieder ein im sowjetischen und im sozialistischen Sinne rückständiges Land sein wird. Und noch in seiner letzten Arbeit, lieber weniger, aber besser, erschienen im 4. März 1923, fragt er, wird es uns gelingen, angesichts der Zerrüttung unserer Wirtschaft so lange durchzuhalten, bis die westeuropäischen kapitalistischen Länder ihre Entwicklung zum Sozialismus vollenden werden? Fünf Jahre, fünf Jahre nach dem Beginn der Revolution, benutzt er das Wort durchhalten und hoffte auf die Arbeiterbewegung Westeuropas. Ein Jahr zuvor, im März 1922, hatte er in dem letzten politischen Bericht, den er vor einem Parteitag halten konnte, in aller Brutalität formuliert, in diesem Jahr haben wir völlig klar bewiesen, dass wir nicht zu wirtschaften verstehen. Das ist die grundlegende Lehre. Entweder werden wir im nächsten Jahr das Gegenteil beweisen oder die Sowjetmacht kann nicht weiter existieren. Dass die Sowjetmacht Lenins Voraussage zum Trotz weiter existiert hat. Das lag in der Tat an den historischen Besonderheiten der Sowjetunion und ihres Umfelds. Zunächst einmal war die Sowjetunion ein so riesiges Land, dass sie ihre Wirtschaft über Jahrzehnte nahezu autark entwickeln konnte. Kein anderes Land in Europa wäre dazu in der Lage gewesen. Da das Land so rückständig war, fiel ganz besonders ins Gewicht, dass in den sieben Jahren von 1922 bis 1929 gar nicht so geringe sozialökonomische Fortschritte zu verzeichnen waren, insbesondere in der Lebenslage der Masse der Bevölkerung. Da fiel nicht so auf, wie schlecht im Land gewirtschaftet wurde. Als aber 1929 der Perelom, der sogenannte große Umschwung begann, in dessen Ergebnis die Zwangskollektivierung durchgeführt und eine völlig überzentralisierte Planwirtschaft errichtet wurde, da brach in den kapitalistischen Industrieländern eine verheerende Überproduktionskrise aus. Die große Weltwirtschaftskrise, die in vielen Bereichen bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges andauerte. Ich erinnere hier nur an die Feststellung des US-amerikanischen Marxisten Paul Svizy, der rückblickend formulierte, der Zweite Weltkrieg rettete den amerikanischen Kapitalismus. Da fiel wiederum nicht so auf, dass das ab 1929 in der Sowjetunion errichtete Wirtschaftssystem auf dieselbe Weise zur Welt kam wie das Kapital. Nämlich, Marx zu zitieren, von Kopf bis Zeh aus allen Poren Blut und Schmutz triefend. Ein Vorgang, der den meisten Zeitgenossen nach dem Sieg der Sowjetunion über den deutschen Faschismus im Zweiten Weltkrieg als geradezu sekundär erschien. In der Tat war dieser Sieg ein Glück für die Völker Europas und der ganzen Welt. Ohne den Sieg der Roten Armee würden die Krematorien in Auschwitz immer noch rauchen. Aber für die Sowjetunion und die sozialistische Idee war dieser Sieg zugleich ein Unglück. Denn er lieferte anscheinend nicht nur den Beweis, dass das in der Sowjetunion und danach in Osteuropa errichtete nominalsozialistische System unbesiegbar sei, sondern darüber hinaus anscheinend auch die Bestätigung, dass die bis dahin in der Sowjetunion betriebene Wirtschaftspolitik in ihren Grundzügen richtig gewesen sei und dementsprechend auf ganz Osteuropa übertragen werden könne. Dieses Weiter-so, das war die Tragik der Geschichte. Der Sieg als sicherste Basis für die kommende Niederlage. Dabei ist zum wiederholten Male zu konstatieren, dass der Untergang des Nominalsozialismus keineswegs meines Erachtens die Folge politischer, insbesondere wirtschaftspolitischer Fehlentscheidungen seiner Akteure in Partei und Staat war, sondern das Resultat eines erfolgreichen Kampfes seines Gegners, des Weltkapitals, der ihn im Rahmen der sogenannten Systemkonkurrenz ökonomisch in die Knie zwang, nicht zuletzt auf dem Wege des die ökonomischen Ressourcen verschlingenden Wettrüstens. Wem diese Erklärung zu simpel erscheint, zu holzschnittartig, sei an ein Wort des US-amerikanischen Multimilliardärs Warren Buffet erinnert, der kürzlich zum Thema Klassenkampf meinte, natürlich gibt es den und meine Klasse ist gerade dabei, ihn zu gewinnen. Ohne die beträchtliche Zahl der von Partei und Staatsbürokratie getroffenen Fehlentscheidungen kleinreden zu wollen. Sie allein hätte den Zusammenbruch des Nominalsozialismus nicht bewirkt. Denn die Bürokratie hätte getreu dem Vorbild ihrer feudal absolutistischen Vorgänger und nach altösterreichischer Devise nur weiter wurscht stellen, durchaus so weitermachen können und wollen. Jene Phase aber, in der sich die Wirtschaft auf ihrer eigenen, mit einer kapitalistischen Produktionsweise unvereinbaren Grundlage entwickelt hätte, hat er nie erreicht. Im Gegenteil. Er blieb stets Teil der einen, der kapitalistisch dominierten Weltwirtschaft. Die Rückkehr von der nominalsozialistischen zur realkapitalistischen Produktionsweise hat den gültigen Beweis für die Kompatibilität der beiden erbracht. Ein Vorgang, der zwar ungeheure soziale Härten für die Masse der Bevölkerung mit sich brachte, aber weitestgehend ohne Widerstand hingenommen wurde. Die nach Marx in jeder Beziehung ökonomisch, sittlich, geistig mit den Muttermalen der alten Gesellschaft behaftete sozialistische Gesellschaft, der Nominalsozialismus fiel wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Es war das Feld der ökonomischen Auseinandersetzung, aus dem das Kapital vorläufig als Sieger hervorging. Zu diesem Vorgang finden sich durchaus Parallelen in der europäischen Geschichte. Er ist in dieser Beziehung vergleichbar mit der Periode des Frühkapitalismus, der Mitte des 16. Jahrhunderts in Oberitalien und Oberdeutschland unterging. Ein Glanzpunkt des ausgehenden Mittelalters und doch eine Sackgasse der Geschichte. Politisch ist er vielleicht vergleichbar mit der Ära der Bauernkriege in Europa, die 1358 mit der Jacquerie in Frankreich begann und 1775, 400 Jahre bitte, 1775 mit dem Pugatschowschen Aufruhr in Russland endete. Keinem dieser Bauernaufstände war ein Erfolg beschieden. Sie alle endeten mit einer Niederlage. Sackgassen und Niederlagen waren offenbar ein essentieller Bestandteil der Entwicklung hin zur kapitalistischen Produktionsweise wie auch zur bürgerlichen Gesellschaft. Warum sollte das beim Sozialismus anders sein? Solche Aussagen mögen damals nicht sehr tröstlich für die da Niederliegenden gewesen sein. Und sie sind es heute auch nicht. Es ist jedoch nicht die Aufgabe historischer Forschung Trost zu spenden, sondern Lehren aus der Geschichte so zu vermitteln, dass die Nachgeborenen zu besseren Resultaten gelangen können. Ganz im Sinne von Friedrich Engels, der nach der Niederlage der Revolution von 1848 formulierte, sind wir also einmal geschlagen, so haben wir nichts anderes zu tun, als wieder von vorn anzufangen. Danke. Bis zum nächsten Mal.